Heute Freitagmorgen musste ich mit meinem VW Touran in die Werkstatt hier in Erzigen, weil eine Abgaswartung-Lampe aufleuchtete und Peter Obermacht analysierte den Fehler und er kam sofort zum Schluss, da muss ein Marderraum gewesen sein an meinem Motor. Dieser Schlauch war angefressen, darum hat die Warnläufe aufgelöst und am Nachmittag wieder im Bau hoch und befestigen, damit wir da genug Zugkraft haben, um das grosse Teil nach oben zu ziehen. Das Problem ist ja, hier auf der geteerten Strasse hält die Winde nicht so gut, da rutscht der ganze Traktor mit angezogenen Bremsen über die Strasse. Darum ist es gut hoch angehängt, haben wir viel mehr Kraft zum ziehen. Jawohl! Hier unten im Wald schmeckt nach Whisky oder Cognac. Wer will probieren? Gross YouTuber! Jetzt haben wir hier in meinem Wald Rotweinflaschen gefunden. Diese Whisky oder Cognac Flasche. Ja, da wird man wohl manchmal was zum Auto rausgeschmissen, glaube ich. Oder ich weiss auch nicht, wie das hier herkommt. Rotwein? Hier? Ja, mit der Funksteuerung kann ich da bequemnt das Seilwinde bedienen. So, dass ich auch dann Martin, der da sagt. Und hört ihr, wie da die Bremse quietscht bei meinem Traktor dann nicht ziehen. Die Winde waren stärker. Die sind in der Mitte gebrochen. Bei meinem iPhone 5 ist der Speicher bereits wieder voll. Ich konnte leider keine Videos mehr machen. Und ich wünsche euch einen schönen Freitagabend. Ciao!